hallo und herzlich willkommen ich habe von mmoga einen gutscheincode bekommen und werde einen steam surprise premium random steam key kaufen und mal schauen was dort drin ist ich habe keinen plan was da drin sein könnte aber für einen unglaublich geringen preis können sie ihrer steam bibliothek mit etwas glück ein absolutes spitzenspiel hinzufügen und spielen tja dann schauen wir mal so ich habe ein gutscheincode den gebe ich hier mal ein sehr schön ich glaube ich kaufe gleich noch ein so der erste kies angekommen den werde ich jetzt gleich mal eingeben was hat ein bisschen länger gedauert bis der kita war ok so chernobyl kommando ja wo sehe ich denn hier was das im spiel ist nutzerreviews größtenteils negativ na prima die grafik ist auch vom feinsten sehe ich na das war wohl nix dann würde ich sagen muss ich mal auf die anderen zwei kies warten best game 11 von 11 von 10 jawohl ach du großer Gott na dann wie groß ist denn das steht denn das hier steht das denn keine angabe naja mal gucken ob die anderen schon da sind ja versenden so ich bin gespannt was ist denn der fang da Ja, immerhin 15 Euro Ach du Gott Okay, schlecht aussehen tut's auf keinen Fall Und die Nutzerreviews sind größtenteils positiv Das ist doch was Gutes Hm, naja Ich würd's auf jeden Fall mal ausprobieren Okay, nur nur 20 Megabyte Das kann nichts Tolles sein So Dann noch den dritten Key Wenn der da ist Ich weiß es gar nicht Jetzt hab ich drauf geachtet Ja, für's Ende Okay Ich erwarte gar nicht, dass da irgendwie ein tolles Spiel drin ist Oder sich hinter diesem Key ein gutes Spiel verwirkt Aber Vielleicht hat man ja Glück Und es ist irgendein Spiel Was Zumindest annähernd Spaß macht Also bisher hatte ich nur Kacke aus diesen Keys Oh Gott Eklav, Steam Store, Entry, Teiki Was ist das denn? Enklav Shops Seite Oh ja Topware Interactive Wer kennt sie nicht? Veröffentlicht Am 10. März 2003 Oh weia Es ist damals Wohl super bewertet worden Aber wer spielt denn Ein fast 15 Jahre altes Spiel Oh weia Oh weia Naja Also das war glaube ich ein Griff ins Klo Wobei ich mit diesem Ich hab den Namen schon wieder vergessen Ähm Dev Hunter 2 Nicht so sicher wenn Vielleicht ist es ja ganz cool Naja ich werde davon berichten Ja ich werde davon